Arbeitsmarkt ist der Ort, an dem die Nachfrage nach Arbeitskräften mit dem Selbstangebot von Arbeitskräften zusammentrifft. Er setzt eine Klasse von Menschen voraus, die ihren Lebensunterhalt nicht über eigene Produktionsmittel sichern können und deswegen für andere an deren Produktionsmitteln arbeiten müssen. Eine Masse solcher Menschen, das sogenannte Industrieproletariat, entstand in der europäischen Neuzeit im Zuge der Bevölkerungsexplosion, der Bauernbefreiungen und der industriellen Revolution. Das damit entstandene Problem der Arbeitslosigkeit bildete einen der wichtigsten Aspekte der sozialen Frage und stellt eines der wichtigsten Strukturmerkmale der europäischen Neuzeit dar. Während nach neoklassischer Sicht der Arbeitsmarkt wie ein Gütermarkt funktioniert, unterscheidet er sich nach institutionalistischer und arbeitsökonomischer Sicht in charakteristischer Weise vom Gütermarkt. Für Robert M. Solo ist Arbeit als Ware etwas Besonderes und daher auch der Arbeitsmarkt. Auch die kinesianische Kritik an der Neoklassik sieht dies so. Definition Auf dem Arbeitsmarkt wird Arbeitskraft in Zeiteinheiten und Qualifikationen angeboten, nachgefragt und getauscht. Menschen, die über ihre Arbeitskraft persönlich frei verfügen können, verkaufen gegen Arbeitsentgelt ihre Arbeitskraft zur Verrichtung produktiver Tätigkeiten an Arbeitgeber, unter deren Anleitung sie Güter herstellen oder Dienstleistungen ausführen. In Kombination mit von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellten Rohstoffen und Produktionsmitteln. Der Arbeitsmarkt ist kein Markt für Arbeitsleistungen. Arbeitsergebnisse sind Gegenstand von Werkverträgen. Ähnlich wie Ärzte werden auch Arbeitnehmer für ihre Bemühungen bezahlt und nicht für deren Erfolg. Der Arbeitsvertrag ist ein Vertrag SOI generis. Besonderheiten des Arbeitsmarktes Die Besonderheit der Ware-Arbeitskraft besteht darin, dass sie unauflöslich an Menschen als Träger dieser Ware gebunden ist. Insofern ist eine Verfügung über diese Ware immer auch eine Verfügung über ihren Träger, dessen Menschenwürde beachtet werden muss. Das für Sachen charakteristische IUS Utendi IAB Utendi, das Recht eine Sache zu gebrauchen, aber auch zu missbrauchen, ist auf Tiere und Menschen nur sehr begrenzt anwendbar. So sind Arbeitnehmer keine Sklaven oder Leibeigene, mit denen man nach Art von Sklavenhaltern oder nach Gutsherrenart umgehen dürfte. Sie haben insbesondere ein Recht auf Freizeit, über deren Gestaltung der Arbeitgeber nur sehr bedingt Mitspracherechte hat und auf Freizügigkeit. Die Arbeitsnachfrage lässt sich im Zusammenhang mit dem Grenzprodukt der Arbeit errechnen. Der Marktpreis für die Arbeitskraft eines bestimmten Arbeitnehmers kann unter seinem Existenzminimum liegen. In diesem Fall besteht eine Pflicht eines Staates, der sich als Sozialstaat versteht, darin zu verhindern, dass die betreffende Person ein Einkommen unterhalb ihres Existenzminimums erzielt. Der Zusammenschluss der Arbeitnehmer zu Gewerkschaften und das Arbeitsrecht als Schutzrecht für die Arbeitnehmer sind als Konsequenzen einer unterstellten Machtasymmetrie auf den Arbeitsmärkten und des Charakters des Arbeitsverhältnisses als Herrschaftsverhältnis zu verstehen. Diese Theorie beruht auf der Prämisse, dass Arbeitsmärkte in der Regel Käufermärkte seien die h, dass eine hohe Zahl an Arbeitswilligen mit einer beschränkten Zahl an Arbeitsplätzen konfrontiert werde, was ohne Regulierungen wie Tarifengelte oder einen gesetzlichen Mindestlohn zwangsläufig zu niedrigen Arbeitsentgelten führen würde. Eine sprachliche Besonderheit besteht darin, dass diejenigen, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, Arbeitnehmer genannt werden, während diejenigen, die diese Arbeitskraft in Anspruch nehmen als Arbeitgeber bezeichnet werden. Dadurch entsteht der Eindruck, es gehe um den Erwerb von Arbeitsplätzen und nicht von Arbeitskraft, Formen des Arbeitsmarktes. Es wird unterschieden zwischen dem ersten Arbeitsmarkt, der den betriebswirtschaftlich begründeten Bedarf nach Arbeitskräften von Unternehmen mit einer Nachfrage geeigneter freier Arbeitskräfte, zusammenführt, und dem zweiten Arbeitsmarkt, der über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zusätzliche Anreize für Arbeitgeberschaft Arbeitsplätze anzubieten, um damit einen Marktausgleich von Angebot und Nachfrage herbeizuführen. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich im Zuge der fortschreitenden Arbeitsteilung. Wichtige Kennzahlen des Arbeitsmarktes sind die Erwerbsquote sowie die Arbeitslosenquote. Sie wird oft regional oder nach Wirtschaftssektoren getrennt dargestellt. Man kann den Arbeitsmarkt für Analysezwecke unterschiedlich strukturieren. Nach dem Alter der Beteiligten, nach Geschlecht der Beteiligten, nach den Produkten und Dienstleistungen, nach dem Arbeitsinhalt, nach der Stellung im Arbeits- und Verwertungsprozess Beschäftigter ist gleich ausführende. Nach dem Technisierungsniveau der Arbeit, die volkswirtschaftliche Statistik der Bundesrepublik unterscheidet zwischen sogenannten Erwerbstätigen. Dazu zählen auch die Selbstständigen und Personen mit Arbeitsvertrag und mindestens 401 Euro monatlichem Brutto-Arbeitseinkommen. Derzeit zählt das Statistische Bundesamt in Deutschland knapp 27 Millionen Arbeitsverhältnisse. Theoretische Grundlagen Im Standardmodell der neoklassischen Theorie lässt sich der Arbeitsmarkt wie auf einem Gütermarkt durch steigende Angebotskurven und Fallende, Nachfragekurven charakterisieren. Je höher der Lohn, desto höher ist das Arbeitskraftangebot und desto geringer die Arbeitskraftnachfrage. Hierbei wird ein repräsentativer Akteur unterstellt, was auf sehr einfache Weise die Übertragung einzelwirtschaftlicher Beobachtungen auf die gesamtwirtschaftliche Analyse ermöglicht, die dem Modell zugrunde liegende Annahme vollkommener Markttransparenz sowie die Unterstellung des Faktors Arbeit als homogen schränken seine Anwendbarkeit aus Sicht moderner Theorien des Arbeitsmarktes allerdings ein. Die klassische Lehre nimmt Löhne als flexibel an und erklärt dadurch eine Markträumung. Arbeitslosigkeit existiert in dieser Betrachtungsweise nicht. In der Realität sind Löhne allerdings nicht flexibel, denn sie werden in der Regel tariflich auf einen Zeitraum bestimmt. Tatsächlich sind sie nach unten sogar meist starr. Weitere Arbeitsmarkttheorien Humankapitaltheorie Suchtheorie Gewerkschaftstheorie Kontrakttheorie Siehe Prinzipalagenttheorie Effizienzlohntheorie Insider-Outsider-Ansatz Siehe auch Persistenz-Hashtick Ursachen von Persistenz Zu internen Arbeitsmärkten Transaktionskostentheorie Segmentationstheorie Arbeitnehmer als Dienstleistungserbringer Es ist in der deutschen Sprache üblich denjenigen, der die Arbeit gibt, den Arbeitnehmer zu nennen, während der, der die Arbeit nimmt, Arbeitgeber genannt wird. Die Dienstleistungen, die auf dem Arbeitsmarkt gehandelt werden, unterscheiden sich von anderen Dienstleistungen vor allem in diesen Punkten. Der Arbeitnehmer bringt kein eigenes Sachkapital ein, sondern lediglich seine Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das notwendige Sachkapital wird vom Unternehmer gestellt. Der Arbeitnehmer hat in der Regel nur einen Vertragspartner, den Unternehmer. Aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt Seit 2005 werden auf dem Arbeitsmarkt drei Arbeitsverhältnisse unterschieden. Minijob Niedriglohnjob Reguläres Beschäftigungsverhältnis Dazu abgestuft werden entsprechend Sozialversicherungsbeiträge und Steuern eingezogen. Die Neuregelung beruht auf dem Hartz-Konzept und soll die Zahl der Arbeitsverhältnisse erhöhen. Arbeitsmarktforschung Arbeitsmarkt- und Berufsforschung befasst sich mit der theoretischen und empirischen Untersuchung von Arbeitsmarkt-, Berufsgruppen- und Branchenentwicklung etc., in wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen. Für diese Disziplin wurde 1968 an der damaligen Bundesagentur für Arbeit das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gegründet. Hier wird das Forschungsfeld interdisziplinär von Soziologen, Ökonomen und Ökonometrikern untersucht. Die Forschung unterscheidet zwischen Ländern mit liberalem, konservativerm und sozialdemokratischem Wohlfahrtsstaatsmodell und deren spezifischen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Analysiert man diese Modelle z. b. anhand ihrer Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis im Arbeitsmarkt ergibt sich folgendes Bild. Im liberalen Modell findet eine allgemein positive Entwicklung der Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt weitgehend zu Lasten gering, verdienender Frauen statt. Im konservativen Modell ist v. a. eine hohe vertikale Segregation d. h. geringe Aufstiegsschossen von Frauen zu beobachten. Das sozialdemokratische Modell produziert im Gegenzug eine starke horizontale Segregation, also eine Teilung des Arbeitsmarktes in spezifische Frauen- und Männerberufe, siehe auch, Arbeitsökonomik, Agenda 2010, Arbeitsmarktstatistik der Vereinigten Staaten, Niedriglohn, öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, Unterbeschäftigung. Untertitelung des ZDF, 2020